Apache Kafka ermöglicht die Isolation von Microservices und revolutioniert das Messaging. Kafka ist einfacher realisiert als andere Broker, bietet aber unterm Strich mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten. Kafka kann gleich in drei Funktionen eingesetzt werden. Zum Ersten als Messaging-Plattform, als Message-Broker, zweitens als Nachrichtenspeicher und drittens als Streaming-Plattform. In den nächsten Wochen gibt es sieben Teile zu verschiedenen Konzepten von Kafka. Ich werde jeweils die Theorie vorstellen und dann mit einem praktischen Beispiel am Code das Ganze laufen lassen. Es ist aber keine komplette Schulung. Es ist nicht so, dass es ein Tutorial ist, um alles danach zu wiederholen, sondern mir geht es zunächst mal nur um die Konzepte, die Ideen. Kafka ist unheimlich schnell. Wir werden eine Million Nachrichten in kürzester Zeit übertragen. Wir werden viele Nachrichten erzeugen und diese erneut lesen. Ich habe insgesamt sieben Teile vorbereitet, die euch die Besonderheiten von Kafka zeigen. Zu jeder Idee, zu jedem Konzept gibt es eine Folge, die in wenigen Minuten genau zeigt, wie Kafka diese Sache löst. Die Besonderheiten der Topics bei Kafka, den Offset und wie bereits gelesene Nachrichten erneut gelesen werden können, das seht ihr jetzt gleich im ersten Teil. Bei Kafka kommunizieren Sender und Empfänger nicht direkt miteinander, sondern indirekt über eine Warteschlange. Und diese Warteschlangen, die heißen bei Kafka Topic. Vielleicht habt ihr schon mal was mit den Java Messaging Service gemacht. Dort gibt es die Topics und die Queues mit unterschiedlichem Verhalten. Bei Kafka gibt es nur Topics. Allerdings können wir mit einem Topic hier auch alles machen, was bei den Java Messaging Services geht. Sogar noch mehr. Also ihr könnt auch Queue-Verhalten damit erzielen. Wie, das zeige ich später noch. In Kafka ist jede Nachricht so strukturiert, dass er einen Schlüssel besitzt und einen Wert. Der Schlüssel, den könnt ihr beliebig vergeben. Das ist ein Anwendungsschlüssel. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel eine Artikelnummer nehmen oder eine Kundennummer. Und der Wert, da könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt als Wert. Intern wird er in Kafka binär abgespeichert, binär transportiert. Ihr müsst dann einen Serializer und einen Deserializer angeben, wie ihr diesen Wert zum Beispiel in den String, in den Integer, in den JSON und was auch immer umwandelt. Dann gibt es nochmal einen großen Unterschied zwischen Kafka und anderen Messaging-Systemen, wie beispielsweise dem ActiveMQ oder RabbitMQ. Dort ist es so, wenn eine Nachricht gelesen wird, dann ist die weg. Dann wird die konsumiert. Also hier, der Consumer konsumiert die erste Nachricht, die älteste Nachricht. Das Ganze ist dann meistens das First-in-First-out-Prinzip. Also die älteste Nachricht wird gelesen und dann gelöscht. Nächste Nachricht wird gelesen und gelöscht, bis zum Schluss keine Nachrichten vielleicht mehr da sind, wenn der Consumer recht schnell ist und der Producer da nichts weiter liefert. Das klingt so logisch. Ja, habe ich die ganze Zeit auch einfach so akzeptiert, hat aber viele Nachteile. Ein Nachteil ist natürlich ganz klar, wenn die Nachrichten konsumiert sind, sind die weg. Ich komme da nicht mehr dran. Und das hatte zur Folge, dass viele bei sich in ihrer Messaging-Applikation, dass sich nicht ganz auf die Mittelwehr verlassen haben, sondern Sender und Empfänger haben dann meistens auch noch mal die Nachrichten abgespeichert in der Tabelle. Und das ist viel duplizierter Infrastruktur-Code, den man eigentlich mit einer Message-orientierten Mittelwehr loswerden wollte. Das ist ein ganz, ganz großer Nachteil. Also es ist einfach ein Fakt, dass viele Nachrichten noch mal nachübertragen möchten und nicht, dass die einfach weg sind. Ein weiterer großer Nachteil ist der, dass, um da Zuverlässigkeit zu bekomme, wenn ich die Nachrichten rauslösche, muss ich ganz, ganz sicher sein, dass die Nachricht auch angekommen ist. Dafür brauche ich dann beispielsweise Bestätigungen oder Transaktionen. Das ist schwer und umständlich zu realisieren. Also werden die Implementierungen komplex, aufwendig und fehleranfällig. Wie läuft das jetzt bei Kafka? Bei Kafka, da werden die Nachrichten durchnummeriert. Von 0 bis zur letzten Nachricht einfach aufsteigen. Oder besser gesagt, sie werden nicht nummeriert, sondern sie bekommen Offset je nach der Position im Topic drin. Also die erste Nachricht, die hat hier den Offset 0 und im Beispiel die letzte Nachricht den Offset 5. Wenn jetzt eine neue Nachricht hinzukommt, wird ihr einfach ans Ende dieses Topics hinzugefügt. Das geht auch unheimlich schnell, also es ist ziemlich effizient. Egal wie groß so ein Topic ist, macht nichts aus. Selbst wenn das mehrere Terabyte sind, wir können einfach am Ende einer Datei ein Stück hinzufügen. So macht es Kafka und das ist ganz egal, wie groß die Datei ist, das ist immer gleich schnell. Und wenn jetzt ein Consumer eine Nachricht liest, dann fangt er an, beispielsweise hier ganz am Anfang bei der Position 0. Und nach dem Lese wird die Nachricht nicht gelöscht, sondern die Position des Consumers wird einfach nur eins weiter geschoben. Kafka muss sich jetzt nur merken, wo jeder Consumer gerade steht und das sind nur ein paar Bytes. Also Consumer kommen ganz, ganz billig für Kafka. Also ihr könntet hier Zehntausende, Hunderttausende von Consumer an einem Topic haben und das Ganze verwalten. Das ist unheimlich teuer bei den herkömmlichen Messaging-Systemen bei JMS. Wenn ihr das dort macht und eine große Zahl von Consumern an einem Topic habt, probiert es mal aus. Da gehen die ziemlich schnell in die Knie. Also bei mehreren Hundert wird das Ganze schon problematisch. Je nachdem, welche Version wir haben. Mittlerweile ist es auch ein bisschen besser bei den neueren Active MQ-Versionen. Aber hier, da ist es einfach nur, wie gesagt, dieses Weiterschieben, bis wir irgendwann einmal am Ende angelangt sind. Haben wir darüber hinaus gelesen, wie hier, dann wartet der Consumer einfach an Offset Position 7, bis da eine neue Nachricht kommt. Ja, schauen wir uns den Kafka mal in Action an. Im Hintergrund läuft schon ein Broker, ganz einfache Installation. Und mit diesem Broker werde ich jetzt arbeiten. Ich möchte zunächst einen Consumer starten, dann einen Producer und mal das Ganze mal anschauen. Ziel soll es hier nicht sein, den ganzen Code zu zeigen und wie ihr das macht. Die Beispiele könnt ihr euch anschauen. Ich denke, ich werde auch einen Link unten in der Beschreibung veröffentlichen, auf einem Git-Repo, sodass ihr das Ganze nachvollziehen könnt. Mir kommt es, wie gesagt, jetzt mehr auf die Konzepte und Prinzipien an, um das Ganze zu illustrieren. Dazu sollen die Beispiele gut sein. Und ich starte zunächst jetzt mal einen Consumer. Der gibt einfach Nachrichten aus, die er empfängt. Mehr tut er nicht. Der Consumer ist gestartet. Und jetzt wollen wir auch da was hinschicken. Ich starte einen Producer, der erzeugt Beispielnachrichten, zufällige und verwendet als Key eine ID von meinem Windrad und als Value oder eigentlich eine Information, die er mitbringt. Es ist die Kilowattstunden oder nicht die Kilowattstunden, die Kilowatt, die dieses Windrad momentan leistet. Das soll unser Beispiel sein. Und ich starte jetzt mal diesen Producer. Okay. Der Producer ist fertig. Ich wechsle zur Konsole des Consumers und sehe, da sind die Nachrichten auch schon angekommen. Ich habe mal den Offset ausgebe lassen. Also ihr seht, es fängt wirklich bei Offset 0 an. Zehn Nachrichten von 0 bis Offset 9. Hier haben wir den Key und das ist die eigentliche Nachricht hier. So, ich beende mal den Consumer A und starte nochmal den Producer, dass da ein paar Nachrichten drin sind. So, und jetzt schaue ich mal, wenn ich den Consumer starte, ob er was ausgibt und bei welchem Offset er anfängt. Wir sehen jetzt zunächst mal nichts. Das liegt auch an Kafka und den Default-Einstellungen. Er braucht jetzt eine Zeit lang, bis er an eine Partition dran kommt. Das ist aber ein Konzept, das schauen wir uns später an. Für jetzt nehmen wir das einfach so hin, dass die Verzögerung der Skalierbarkeit geschuldet ist. Und wir sehen, er hat tatsächlich die nächsten Nachrichten bekommen von 10 bis 19, obwohl er gerade nicht verfügbar war. Ein Vorteil, dass wir die Nachrichten nicht löschen, sondern einfach den Consumer hin und her schieben, ist natürlich, dass wir all die Nachrichten lesen können, einfach zurück an den Anfang und nochmal alles gelesen bis heute. Das heißt, wenn ein System Nachrichten verliert, dann können wir die einfach nachübertragen. Und Kafka ist auch dazu geeignet, Nachrichten und der Zustand ganz lange zu speichern, sodass wir da eine Möglichkeit haben, immer wieder ein Reset durchzuführen. Ich habe gerade eben erläutert, dass es möglich ist, zurückzugehen im Offset, nochmal die Daten zu lesen und das möchte ich natürlich auch demonstrieren. Jetzt mit einem weiteren Consumer, der einzige Unterschied zu dem vorherigen Consumer ist, dass ich hier nochmal so einen Rebalance-Listener eingebaut habe. Vielleicht dazu auch später mehr, aber der macht folgendes, der setzt einfach zu Beginn den Offset zurück, sodass wir von vorne nochmal lesen können im Consumer. Den starte ich mal, okay, und da ist er auch schon und der Consumer gibt mir jetzt alle 20 Nachrichten aus, die drin sind, mit dem Offset von 0 bis 19. Soviel zum ersten Teil. Im nächsten Teil werden wir uns dann der Performance widmen und mal eine Million Nachrichten an den Kafka-Broker senden. Ofiel zum ersten Teil. Ofiel zum ersten Teil.